Marin Solo, Schüler im vierten Jahr einer berufsbildenden Schule, zeichnet sich durch seine Leidenschaft für das Zusammensein mit Freunden und das Genießen von Erlebnissen aus. Des Weiteren schätzt er es, Zeit mit seinen Klassenkameraden zu verbringen, wobei sie gemeinsam die Freude am heimlichen Beobachten von Menschen teilen, die ihre Zweisamkeit in Autos am See genießen.